Hallo miteinander, schön an dir wieder eingeschaltet. Ich begrüsse euch zu einem weiteren Video. Heute sind wir wieder mal am Start Bahnhof Bauma. Einfach eine sehr gute Ausgangslage für ganz viele coole Trails. Mit dabei heute wieder mal der Master Darren, YouTube Channel Trail Tracker. Der Dani, er ist aber gerade am Telefon. Und es kommt noch der Fabian, aber der hat die weitest Anfahrt, der ist noch unterwegs. Wird sicher geil, wir haben ein paar coole Trails heute vor uns. Gehen wir mal schauen, bleiben dabei. So, jetzt sind wir hier beim Highway Bänkli. Weisst du, du brauchst noch einen, wenn ich genug es gibt. Dort schaut der Fabian noch ankommen. Wo ist das? Und schau mal dort rüber, wie geil, die Aussicht. So, da wo wir gerade Telefon- und Pipi-Pause haben, zeige ich euch mal den Abhang. So könnt ihr erahnen, wie steil es hier ist. Aber nice. Noch ein wenig Abstand hier zum Darren, dass wir gerade den Trail sehen. Gemein ist, dass es hier immer noch etwas Schnee hat zwischendurch. Jetzt sind wir hier auf dem Kämmerli-Trill. Das ist klasse hier. Ich sehe das. Das sieht schon aus. Oh. Nice! Safe! Safe! Yeeha! Oh. Geil! Scheiss! Ja. Da immer ein wenig aufpassen. Die sind schon nass, aber nicht zu festbrechen. Die sind schon kalt. Ah. Oh. Das ist ein bisschen mehr. Von da. Geil! Oh. Noch schön oben bleiben. So noch. Rappeli! Juhu! Und jetzt können wir ein bisschen rumgehen. Immer noch schön auf Fussgänger achten. Wir sind Wanderweg. Wenn wir so privilegiert sind wie nicht, haben wir einen Darren, der von uns gefährt. Und ruft. Und ruft. Wenn der Räume das schon mal kein Gedanke haben. Einfach nice. Schaut euch das an. So. Juhu! Schon in einem engen Bogen. Gerade dem Schluchttchen entlang. Ja. Und da sind Bedingungen. Klar ist kies. Aber Bedingungen sind sensationell. Ein bisschen los. 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 Die Krämerle haben wir jetzt gemacht. Ein richtig geiler Trail. Anstatt der Burg dorthof. Gehen wir jetzt hier an den Ramselspitzen führen. Und vom Ramselspitzen, wenn es zeitlich noch langt, gehen wir rüber. dann machen wir noch den Stoff um. Das wäre natürlich auch eine geile Runde. Genau, er sagt es hier. Ab in der Ansenspitze. Dani in Front. Oh, da sieht es aber etwas umgewälzt aus. Hä, hast du denn hier gebastelt? Yes, Dani! Da, wo es so schön da ist. Ja, da und jetzt wieder rechts. Das sieht aber aus, als wäre es mit irgendeinem Bäckerchen entlang, oder? Knie voll, hey. Ah, schau, da ist er. Hier haben wir die Übeldäter. Übeldäter? Ja, mit den Togau-Nummern. Unsere Spur. Das ist ja recht schwierig. Ja. Schön einfach um die Ecke. Bei den Wurzeln oben bleiben, ja. So ist es dann. Okay. Da sieht man bei Dani, was seine Reifen macht. Jetzt müssen wir mal meine Pneu leeren. Da hast du keinen Zustand. Ja. Ja. Da, rufholen. Ja, wack. Ja, wack. Ja, wack. Ja, wack. Ja, wack. Ja, wack. Und jetzt oben bleiben, ja. Oben bleiben, genau. Ja, oben bleiben, genau. Ja. Ja. Powered Drift. Und am Dani hinterher. Das war eine geile Runde. Kammerli ist schon lange nicht mehr gefahren. Macht immer wieder Spass. Der Amselspitz ist witzig. Auch wenn der obere Teil dort recht zerstört war. Aber im unteren Teil hat man auch gesehen. Irgendjemand ist mal den Trail raus gerechelt. Vielen Dank an dieser Stelle. Hat richtig Spass gemacht. Mit den Jungs. Mit dem Dani, Fabian und Aaron. Wirklich cool gewesen. Es war am Freitag gegen Abend. Und vor dem Wochenende, als es wieder geregnet hat. Sehr cool. Nochmal ein bisschen raus. Ein bisschen Spass. Gute Zeit haben miteinander. Genau das was es braucht nach einer Arbeitswoche. Ich hoffe es hat euch gefallen. Es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr anvergessen habt nicht den Kanal zu abonnieren. Die Aumen hoch da zu lassen. Schaut bei den anderen vorbei. Natürlich habe ich euch die Links in der Beschreibung eingefügt. Und danke fürs Schauen. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.